Ja, Sina Frey, 30. Weltcup-Rennen. Wieder ein Top-10-Platz als 9. Wie hast du das Rennen aus deiner Sicht erlebt? Ja, es war mega cool. Die Zuschauer waren mega motivierend. Es ist sicherlich sehr streng. Wir sind hier fast auf 2'000 Meter. Es ist sehr steil, staubig und dann auch noch recht warm. Aber es hat mega Spass gemacht und ich bin sehr zufrieden. Du bist langsam auf Position 4-5 rumgefahren. Du hast dich in der Spitzengruppe halten können. Diese Taktik ist eigentlich lange aufgegangen, oder? Ja, es ist sicherlich sehr lange aufgegangen. Ich habe wirklich nicht versucht zu überpacen. Ich versuche einfach meinen Rhythmus zu fahren. Am Schluss hat mir die Kraft gefehlt. Aber ich denke, ich kann mich noch etwas steigern für die nächste Rennen. Trotzdem Gratulation und vielen Dank. Vielen Dank.